So, jetzt kommen wir zur nächsten Mission. Diese heißt, es ist mir zu Ohren gekommen. Wir müssen hier drei von fünf, sind es fünf? Vier Büchen. Vier sind es nur. Vier Büchen ernten. Was wir wissen müssen ist, wir haben hier einen Leichenhaufen und sobald hinten der rote Busch weggenommen wird, hört es auf zu spornen bei diesen Leichenhaufen. Das werden wir auch gleich sehen. Also, wir hatten in der ersten Runde schon drei Buzzer, die aus dem Leichenhaufen gesporned sind, aber nachdem man hinten den roten Busch weggenommen hat, kommen dort keine neuen Buzzer. Das ist ziemlich gut zu wissen. Das würde ich dann auch immer direkt machen mit Pizzaklan, dort weit hinterlaufen, auf dem Weg eventuell schon ein paar Büsche mitnehmen. Das wäre nämlich auch eine Option, hier schon diesen ersten Busch direkt mitzunehmen und dann weiter nach hinten zu laufen über seinen Leader Thread. Und ja, damit dürfte das ziemlich gut funktionieren. Die Spawns sind eigentlich oben links, oben rechts, unten links. Ich weiß nicht, ob unten rechts noch ein paar waren. Aber ja, relativ schnell machbare Missionen. In den letzten Leveln kann es natürlich dadurch, dass der Spawn so schnell kommt, dann relativ gefährlich werden. Vor allem, wenn die Commonwebs dann im Zielbereich spawnen. Das kann dann sehr glücksabhängig sein, wenn dann hier gegen Ende unten hier die Commonwebs spawnen, wird das natürlich schwieriger. Ja, das war's zur Mission. Es ist mir zu Ohren gekommen. Ciao!